Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Tris. Erst werden wir den binären Try machen, dann werden wir den sogenannten Patricia Try machen. Und nein, Try ist kein furchtbarer Rechtschreibfehler von mir aus, sondern es kommt von dem Wort Retrieval. Auch wenn man es Retrieval schreibt, man spricht es eigentlich Try aus. Keine Ahnung wieso. Okay, so, für was brauchen wir die Dinger? Wir haben eventuell eine relativ lange Routing-Tabelle, also hier vielleicht nicht nur ein Eintrag für ETH1, sondern dann haben wir noch 192, 168, Punkt irgendwas, Punkt irgendwas, was über ETH1 ausgeht und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe hier vielleicht, ja, vielleicht 200 Einträge oder sowas. Je nachdem, wie groß euer Server ist, beziehungsweise euer Router, kann das durchaus mal vorkommen. Und dazu muss ich irgendwelche effizienten Suchanfragen stellen können. Zum Beispiel für die ersten 8 Bit habe ich hier, wenn ich eine 11001100 in meiner IP-Adresse ganz am Anfang in dem ersten Feld hier, das wäre dann das hier. Das ist wie gesagt binär. Im Prinzip kann ich auch jede einzelne von diesen Zahlen hier binär darstellen. Und wenn ich diese Zahl im ersten Feld sehe, also als Anfang meiner IP-Adresse, wo muss ich dann rauskommen sozusagen? Und ja, dazu gibt es diese Lookups oder diese Tries. Das sind auch wieder Bäume, die ich aufbauen möchte. Und ich habe hier schon mal angefangen, einen zu zeichnen. Wir fangen ganz oben an mit dem Default-Eintrag. Den hat jeder Router. Und der besagt so viel wie, wenn du nichts anderes findest, dann nimmst du mich. Und das war es dann auch schon wieder. So, und dann schauen wir uns das erste Bit unserer Zieladresse an. Das heißt, das hier sollen die ersten 8 Bit meiner Zieladresse darstellen. Und ich überprüfe. Einfach auf meiner Zieladresse in Bits tatsächlich, habe ich hier einen Eintrag und ist der da. Wenn, sagen wir mal, dieser linke Baum hier fehlt, dann, und meine Ziel-IP-Adresse fängt hier mit einer 0 an. Ich glaube, ich schreibe die mal auf die andere Seite. Hier ist viel besser. Sagen wir mal, meine Ziel-IP-Adresse, jetzt habe ich es, fängt mit 0011 an. Das wäre jetzt mal. Und irgendwas danach. Also insgesamt haben wir 32 Bit zur Verfügung. Und wir fangen jetzt mit 0011 an. Dann gehen wir in unserem Baum erstmal nach links runter, denn links sind immer die Nuller abgebildet. Und hier finden wir dann einen Eintrag, der auf alle, oder für alle IPs, für alle Ziel-IPs, die mit 0 anfangen, einen Ausgang bereithält. Oder einfach den Eintrag in meiner Routing-Tabelle sozusagen drauf verweist. Wenn jetzt hier zum Beispiel ich keinen Eintrag habe, also zum Beispiel in dieser Routing-Tabelle hier, da fängt ja jeder Eintrag mit 172, also irgendwas über 128 an. Sprich, ich habe nichts, was mit einer Null anfangen würde. Das heißt, ich kann hier diesen Eintrag auch offensichtlich nicht zufriedenstellen. Deswegen verweist dieser Eintrag mich einfach wieder auf meinen Default-Eintrag und ist quasi nicht vorhanden. Habe ich jetzt aber einen Eintrag, der 00... äh, 00 Stern wäre dann hier, also nach links ist immer eine Null, nach rechts ist eine Eins. Und im ersten Durchgang unterscheiden wir das erste Bit, im zweiten Runtergang sozusagen unterscheiden wir das zweite Bit. Und jetzt kopiere ich mir einfach das Ganze mal. Ähm, ja, so. Okay, ähm, wir machen jetzt hier eine Eins. Ähm, wie gesagt, dieser Baum muss auch nicht vollständig sein oder sowas. So, hier geht jetzt eine Eins runter, wir gehen nach rechts. Der linke Teilabschnitt, der ist fertig, da geht es nicht tiefer runter. Das heißt, wir sind hier bei 001 Sternchen. Hier wären wir bei 4 Nuller Sternchen. Also, nach der vierten Null ist egal, was kommt, dann nehmen wir den Eintrag. Und hier wären wir bei 0011 Sternchen. Das heißt, nach meinem, äh... Äh, Quatsch, hier muss eine Eins rein, sorry. Jetzt. Okay, das heißt, meine, äh, meine ersten vier Einträge sind fest und das verweist mich jeweils auf einen Eintrag in meiner Routing-Tabelle. Und wenn ich jetzt hier diese IP, also anfange anzugucken, ich fange einfach vorne an und gehe dann in meinem Baum tiefer runter. Dann gehe ich erstmal nach links, dann sehe ich, okay, ich habe noch eine Null, ich gehe nach links und dann sehe ich, ich habe eine Eins, ich gehe nach rechts und ich sehe, ich habe noch eine Eins, dann gehe ich nochmal nach rechts und dann komme ich hierbei raus. Hier geht es nicht mehr weiter, das heißt, egal, ob ich jetzt hier hinten dran eine Null stehen habe oder eine Eins, von diesem Punkt aus kann ich nicht mehr weiter runter gehen, weil hier hört mein Baum einfach auf. Und das bedeutet, ich wähle diesen Eintrag hier aus, aus meiner Routing-Tabelle und schicke mein Paket, das ich eben dahin weiterleiten muss, schicke ich genau aus diesem Ausgang, der in dem iFace drin steht, wieder raus. So, jetzt nehmen wir einfach mal an, ich habe hier 0, 0, 0, 1, was dann passiert ist, ich gehe nach links, ich gehe nach links und dann lande ich plötzlich hier 0, 0, Stern. 0, 0, Stern ist schön und gut, aber ich hätte ja hier noch mehr Einträge, die ich runter gehen könnte, aber für eine dritte Null reicht es mir nicht, weil hier ist eine Eins danach und diese Eins muss auch wirklich so stimmen. Das heißt, ich muss diesen Eintrag hier nehmen und dieses Paket wird dann nach diesem Eintrag hier weitergeleitet. Wenn dieser Eintrag nicht existiert, also zum Beispiel so ist, das heißt nicht auf einen Eintrag in meiner Routing-Table verweist, dann gehe ich einfach meinen Baum wieder rückwärts hoch, sprich ich gehe nach hier und falls da auch nichts steht, gehe ich zu meinem Default und leite das Paket dahin weiter. Das ist sehr, sehr effizient, also besser als zumindest komplett durchzulesen meine ganzen Einträge, weil ich nur 32 Mal im schlimmsten Fall in meinem Baum runter gehen muss. Mehr als 32 Mal kann nicht passieren, denn eine IPv4-Adresse hat nur 32 Bit, das heißt 32 Mal kann ich absteigen in meinem Baum, maximal, aber dann habe ich auch wirklich schon das Spezifischste erreicht. So, das war aber leider immer noch nicht effizient genug und deswegen haben wir uns, oder was heißt wir, haben die sich gedacht, wir machen das Ganze noch ein bisschen schneller, wir speichern uns immer die nächste relevante IP oder das nächste relevante Bit noch mit. Und das Ding nennt sich dann Patricia Try. Patricia steht für Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alphanumeric. Hat man aber wirklich wahrscheinlich nur wegen dem Namen gewählt, nehme ich zumindest mal stark an. Und was jetzt passiert ist folgendes, wir merken uns die Vollknoten vor, der nächste relevante Eintrag ist das erste Bit. Das heißt, es muss ein Bit übereinstimmen, damit es wieder weiter gewählt werden kann. Das heißt, wenn ich hier eine 0 finde, ich überprüfe mein erstes Bit in diesem linken Teilbaum und steige hier dann ab. Aber, jetzt nehmen wir mal an, ich habe hier 1, 1, 0, 0, irgendwie, ja sowas, irgendwie in die Richtung. Gut, dann muss ich jetzt hier ein bisschen größer ziehen. Und das erste Bit ist hier relevant, das heißt, hier sind immer noch alle mit 1 Sternchen drin. Aber, jetzt speichere ich mich hier in diesen Knoten zum Beispiel rein, Bit 8 ist relevant. Das heißt, ich muss die ersten 8 Bits matchen und erst danach werden die Sachen wieder unrelevant. Das heißt, hier hätte ich zum Beispiel einen Eintrag mit 1, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4. So, und das bedeutet, ich muss tatsächlich alle 8 Bits hier überprüfen, die hier oben vorkommen und ob die hier dann eben auch vorkommen. Und da das in meinem Fall gerade zutrifft, wird nach dieser Routing-Angelegenheit hier weitergeleitet. Aber, da das mein einziger Eintrag ist, muss ich nicht noch mehr unterscheiden. Das heißt, ich spare mir sozusagen 7 Mal absteigen und 7 Mal Baum aufbauen. So, dadurch, dass ich mir hier einfach aufgeschrieben habe, du musst ab jetzt 8 Bit überprüfen. Wenn ich jetzt allerdings auf der rechten Seite auch noch so einen Eintrag hätte, dann ist es zwingend erforderlich, dass der hier auch wirklich alle vollen 8 Bit braucht. Also, das heißt, der hätte sowas wie 1, 0, 0, 0, 0, irgendwie sowas. Das sind keine 8, da fehlt noch 1 Sternchen. So, das heißt, es müssen wirklich alle anderen nicht gegeben sein. Also, es darf hier nicht irgendwie sowas kommen, sondern es muss tatsächlich 8 Bit müssen dann wirklich fix sein und dürfen nicht mehr nicht überprüft werden müssen. Und deswegen speichert man sich das hier zwischen, damit man den Baum aufbauen kann vernünftig. Ja, spart mir natürlich Abstiege im Baum, spart mir Baumgröße und dadurch vielleicht ein bisschen Zeit. Vor allem aber, wenn die Routing-Tables relativ klein sind, was sie ja sehr, sehr häufig sind. Also, normalerweise habe ich eine Maske von 8 Bit, 16 Bit oder 24 Bit. Und dann habe ich normalerweise nur drei Tiefen oder drei verschiedene Stufen. Das heißt, ich hätte hier 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Und danach hätte ich irgendwas mit 16 Bit und danach irgendwas mit 24 Bit. Das heißt, es spart mir schon relativ viel, wenn ich mir überlege, dass ich bei einem binären Try tatsächlich 8 Mal, dann 16 Mal und dann 24 Mal absteigen müsste. Da müsste ich hier nur dreimal insgesamt absteigen, um 24 Bit Subnetzmaske, äh, um 24 Bit Masken zu realisieren. Okay. Ja, das waren die beiden Tries. Ich glaube, ihr habt alles verstanden. Ansonsten schreibt mir einfach einen Kommentar oder sowas. Und ja, nächstes Mal schauen wir dann, was wir machen. Und, ähm, genau. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.